Ich habe ihn gerade schon gesehen, ich bitte dich, bitte zeige dich, weil ich habe an dich eine Frage, wir werden wissen, wer uns jetzt. Oh, schau, 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 schau. Mach mal hin zurück auf den Evo. Nämlich nicht als Moppe, man hört 80 zu viel. Ja, also keine Scheiße bei uns. Evo sind zwar schnell, auch kennt ihr eigentlich seiner Seite, ihr werdet dann mit uns hintermischt. Weiter geht's. Kommt. Einmal weiter, einmal weiter. Stopp. Wo bist du? Mach mal lese dich an, ich will sehen, wie ich lese. Wo bist du? Egal, wo bist du? Ich weiß nicht. Kleinhase. Wo bist du? Siehst du, diese Eindäume sind so. Oh, shit. Fakt er noch? Bist du hier? Ich war in Street Fighter. Ja. Bist du hier? Ja. Bist du hier? Ja. Ja. Aber das Geile ist, die Leute meinen so, ich müsste eigentlich BIP sein. Meine Kehensivität muss benötet werden. Weil. Man guckt immer die ganze Zeit auf die Hauke, aber guck mal bitte auf den Klin. Jetzt sind alle Kinder, die Papas mit einer Rollen zu halten. verfickte Scheiße, was ist das? Was ist denn mit dem, was ist das Nasenbeer oder was ist das? Warum? Was? Ich muss noch nähern. Ist das Stoff? Was? Ich hab was perverses gestanden. Stromfose. Stromfose. Ne, das ist gerne Stromfose. Also erstmal die ATU-Schnallwerfer. Großes Kino. Der Serien-Scheinwerfer an alle U4-Fahrer, der ist gut. Lassen. Auch wenn der 69 Euro kostet, nicht kaufe. Die Folierung. Ja. Man kann es aus zwei Sichtungen sehen. Einmal Folie an sich. Plus? Verklebeart und Weise. Ja. Zieleleichter, deine Kühle, Frau. Warte mal, nicht die Zieleleichter. Das ist dein Auto. Das muss dein Auto sein. Sonst würdest du das nicht sagen, Meister. Und dann oben. Und das allerbeste ist oben. Was ist denn da für Öffnung? Lässt du da dein Mitro raus? Oder, oder, oder? Also wirklich, ich hab das Auto gesehen und hab gedacht, What? Also wirklich, der Oberkram. Also du bist nicht hier. Natürlich nicht. Richtig. Ich hab die Fahrer in ihrer Kommen. Ohne Scheiß. Sehr guter Mann. Du kennst dich aus. Ich hab das selber gesagt. Vielleicht hab ich nur gedacht, will ich das so sagen. Aber auch immer so. Hä? Vom Schlüssel? Wir hocken euch auf. Schau, schau, schau. Ja. Das ist richtig cool. Ist hier nur Dach- oder Dach- Träger-Club? Ah, ja! Ganz oben, nirgends? Ach, deswegen hab ich leider. Ich verstehe. Warum bist du 10 Euro? Hast du noch gestreitet oder was? Und du? Ja. Wie viele Mitglieder habt ihr denn? 2. Nur ich? 2. 3. 2. Du hast aber lange gezählt. Siehst du so. Ich. Und vielleicht der Manni. 2. Ne, sehr geil. Nur meiner. Sehr schön, dass du gerade versetzt. Hoffentlich bist du hier. Ford Carp. Wo bist du? Street Carp. Street Carp. Street Carp, meinst du wirklich? Der war doch unser Parkplatz. Was? Na guck mal. Stopp, stopp. Ihr wollt wissen, was in der serienmäßige R32 ESG denn war, ne? Ne. Jöbby nie. Rothe Goldfias. Wo bist du, Nobby? Bist du irgendwo hier? Ein Applaus für Lobby! Was ist das denn? Wenn ihr den ganzen Tag runter geht, geht die Schiss. Muss ich runterwirken oder ist alles ok? Oh 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 oh. Alles gut? Gut. Wenn Lobby ein rotes Auto sieht, dann siehst du ihn so. Das ist wirklich... Jetzt scheint, auch ein roter Roti-Gloss, scheißegal. So. In Rot geht das nicht? Der sieht ein rotes Auto und es ist immer... Das Auto ist immer so... In Rot? Ich würde auch in Rot-Gloss fahren, weißt du? Wir gucken auch weiter. Oh! Oh! Stopp, 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 stopp. Wir haben hier die Sonnebeziehung zu sein. Penis. Ah, ich hoffe mal, Penis. Ah, du also auch. Hm. Die sagen die Jungs so... Oh, ich eigentlich schon. Das ist jetzt ein Insider. Derjenige von dem Auto, der Besitzer, ist der da? Ja, ne? Hast du das Problem gelöst? Okay. Jetzt fragen sich alle, was ist hier los? Ist er noch da, Beuys? Okay. Brauchst du gleich Hilfe? Ich hab ein paar Polen dabei, die können das machen. So, wir gucken weiter. Oh! Oh! Stopp! Oh! 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 Oh, Schatze! Was machst du denn mit mir? Mach doch noch Film mal drüber mal drüber mal. Na? Haben wir ATU-Fans hier? Ich frag mich wirklich, wer diese ATU-Tuning-Fans seite likt. Oh! Oh! Ich glaub, ich glaub, selbst die nicht. Du siehst sie so, siehst sie so, vor dem Knopf, so, ah, das kann ich nicht bringen. Das ist wirklich zu viel Polen-Digna-Fertig, könnte ich mal sagen. Aber eine 80U-Auspuff ist okay, aber das 80U, du kannst die, glaube ich, über bestellen, ohne Logo. Aber nein, er denkt sich, Markenzeit, Flaggenzeit, 80U-Logo muss groß drauf sein, damit jeder weiß, wo der gute Klang herkommt, weißt du? Nur gucken wir mal da. Ja, das ist doch neu. Ja, ich habe entweder bis unten rum durch Scheiße gefahren. Oder oben ist der Blitz eingeschlagen. Aber, also, war der hier in Silber oder war der Gelb? Siehst du, so, ich habe auch keine Hand. Ich weiß nicht, wovon der Mann spricht. Immer mehr Security hier im Flur, Alter. Nicht, dass sie sich ungezogen haben, so. Ich bereite euch schon so vor. Ich glaube, ich gehe hier so viel auf die Bühne runter. Mich eingeschlagen lassen? Ich habe hier so viel auf die Bühne runtergekommen. Ich habe hier so viel auf die Bühne runtergekommen. Ich habe drei Wochen nach drei Wochen kreativiertes Stück geschenkt bekommen. Wie gesagt, wir haben ja gerade noch ein paar Momente und dann teile ich die Geschichte mit euch. Ich habe hier so viel auf die Bühne runtergekommen. Hier, ganz ehrlich, einen Applaus für Möke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe da alle ein paar Sekunden nochmal. Bist du so lieb.